Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Das mit dem neuen Shutdown. Ich weiss es nicht. Je nachdem, wen man auf Twitter folgt oder je nachdem, welche Zeitung man liest, heisst es, der Bundesrat macht endlich das Richtige oder er macht gerade alles komplett falsch. Es ist wie dort, wo die Menschen den Turm zu Babel bauen wollten. Gott das aber nicht so geil fand. Und als Strafe hat er gemacht, dass die Menschen mit vielen Zungen angefangen haben zu reden. «Lasst uns herneiderfahren und ihre Sprache verwirren, dass keiner das andere in Sprache verstehe.» Heute würde man sagen, Gott hat die Menschen in Jeho-Kammern eingesperrt wie Babels. Sie reden zwar noch, aber sie verstehen sich nicht mehr. Ich bin nicht religiös. Wirklich nicht. Aber es wäre gerade eine gute Zeit, um religiös zu werden, um Antworten zu finden im Glauben. Wenn Wissen doch offenbar so schwierig ist, dann halt Glauben. Und falls es Gott gibt und falls es uns Gott, lieber Gott, mit all dem, was gerade abgeht auf der Welt, willst du uns etwas sagen? Und wenn ja, was willst du uns genau sagen? Der viele Schnee geht zum Beispiel. Strafst du uns damit? Ist das die grosse Sintflut? Winter Edition? Statt Regenschnee? Und wenn ja, wer ist denn der Noah? Ist Noah ein Unterländer, der durch die Flot stapft? Oder ist es ein Oberländer? So ein Bündner? Der Noah Kapaul oder der Noah Fokhänel aus dem Berner Oberland, Bergführer und Skilehrer. Weil dann geht der Schuss garantiert hinten aus, lieber Gott, der Kapaul und auch der Fokhänel, die bauen keine Arche Noah. Die schnallen ihre Tourenski und gehen Kapaulern. Aber garantiert. Und natürlich studieren sie vorher noch Lawinenbilder. Das macht es, lieber Gott, sowieso einfach unglaublich viel schwerer als früher. So eine Sintflut. Die ist früher ja überraschend gekommen. Die hat uns komplett auf dem falschen Fuss verwischt. Da hat uns noch Kassandra Bohnert rechtzeitig gewarnt. Also der Kachelmann. Die hat es schon früher gegeben. Kachelmann ist altes Testament, oder? Nein, das ist doch wieder so ein Gieselschiesel. Ich suche nur nach Antworten. In einer Zeit, die vor allem Fragen aufwirft, aber wenig sicherte Antworten liefert. Vielleicht kommt ja schon bald ein neuer Messias, der uns erlöst. Vielleicht ist er schon da. Wir kennen ihn einfach nicht. Köppel, der Koch, der Kachelmann. Wir wissen zuerst, wenn sie ihn an das Kreuznagel... Sind sie schon da? Nein, ich bin er nicht. Geht zum Köppel. Oder nehmt, nehmt den Salaté. Musik. 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 Musik.